Ja, eine neue Andacht ist wieder dran, liebe Freunde. Es ist mein Gebet, dass diese Andachten euch wirklich zum Segen sind. Das wünschen wir von ganzem Herzen, dass Gottes Wort in unsere Herzen hineinkommt, in unsere Gedanken, in unsere Sinne und dass dieses Seinwort unser Leben verändert, dass er uns heilt, dass er uns zeigt, wie die Wege Gottes sind, wenn es uns an Weisheit mangelt, dann dürfen wir Gott bitten. Darum geht es jetzt in dieser Andacht. Daniel 2, Vers 23. Hört mal, dort lesen wir, Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verlieren und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Jakobus legt uns dringend ans Herz. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. An diesen Rat hielt sich schon der junge Daniel. Weil niemand da war, der dem König Nebukadnezar seinen vergessenen Traum in Erinnerung rufen und deuten konnte, drohte dieser, alle Weisen in Babel umzubringen. Dazu auch Daniel mitsamt seinen drei Freunden. Der aber erbat sich von dem König noch eine Frist und versprach, innerhalb dieser den Traum auszulegen. Wie aber wollte Daniel mit dem Tode bedroht unter einer solchen Anspannung herausfinden, was der König geträumt hatte und was der Traum bedeutete? Wir lesen, dass er sich in sein Haus zurückzog und auch seine Freunde aufrief, wegen dieses Geheimnisses vom Gott des Himmels erbarmen zu erflehen, wie wir in Daniel 2, Vers 17 und 18 lesen. Er suchte also nicht die Klugheit von Menschen, sondern er betete um Weisheit von Gott. Und die wurde ihm auch gewährt. In einer Nacht nämlich offenbarte der Herr dem jugendlichen Beter das Geheimnis, sodass er vor Freude ausrief, dir, dem Gott meiner Väter sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Wir sehen, wie Daniel mit seinen Freunden durch das Gebet um Weisheit zur Ruhe kam und wie ihm in der Nacht vom Herrn eine Antwort und innerer Frieden geschenkt wurde. Das gilt auch für uns. Auch wir sollten nicht wie die Welt in nervösem Aktionismus verfallen, sondern uns in die Stille zurückziehen und Gott ganz konkret um Antwort bitten. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht, sagt Sprüche 2, Vers 6. Wenn du so vom Angesicht des Herrn kommst und wieder zu den verängstigten und ratlosen Menschen zurückkehrst, dann kannst auch du wie einst Daniel mit sicherer und klarer Stimme zu ihnen sagen. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Wenn du in diesen Tagen nicht mehr weiter weißt und mit deiner Weisheit am Ende bist, dann erinnere dich daran, dass es einen Gott im Himmel gibt, der Geheimnisse offenbart. Nimm deine Bibel zur Hand und bleibe mit Gott allein. Dann wird es nicht lange dauern, bis du mit Freuden ausrufst. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verlieren und mich jetzt wissen lassen hast, was ich von dir erbeten habe. Also, lieber Freund, nimm deine Bibel, zieh dich ein wenig zurück und bitte Gott in der Stille, dir zu offenbaren, Weisheit und Weisung und Hilfe in deinem Leben und auch für das Leben anderer Menschen. Der Herr wird es dir schenken.